hallo zusammen ich habe mich wieder mal eingeholt hier in der vergangenheit vor 15 jahren haben wir luftfracht container gebaut etwa zehn stück die wurden dann das prototypen validiert kamen aber nie zum einsatz weil so 2008 finanzkrise krise ging dem investors geld aus ja produkt von wemo einen einfachen lc2 fracht container wir haben noch ein lc7 gebaut und heute wird er hier auf einem bauernhof als käselager verwendet schlicht und einfach ich verlinke euch hier oben noch ein anderes video und sonst wünsche ich euch im jernen tag